Hallo Süße, du hast eine Frau für eine Stunde geordert? Ich brauche das Geld im Voraus. Warum bist du so angezogen? Was? Gefällt's dir nicht? Das ist mein sexiestes Outfit. Du sollst meine Frau spielen, nicht... Mich selbst? Okay, okay, ich bin deine Frau. Ich soll meinem Chef meine Frau vorstellen. Keines Gottmädchen. Dann solltest du heiraten, Dummkopf. Ich verschwinde jetzt. Oh verdammt, mein Chef, warte, warte! Was soll ich denn jetzt machen? Oh, nun, diesen Schlemmassel hast du dir selbst eingebrockt, mein Lieber. Ciao. Oh, verdammt, dieser Amerikaner. Oh, hi John. Hi. Wo ist Ihre Frau? Ähm, sie ist, ähm, äh, sie ist hier. Ja. Äh... Oh, das ist... meine Frau. Aha. Oh. Das ist meine Frau. Oh, freut mich, Sie kennenzulernen. Und das ist mein Boss. Ich hab dir ja schon viel von ihm erzählt. Äh, Entschuldigung, was geht hier vor? Nennen Sie mich Henry. Mom? Oh, Sie haben auch einen Sohn, das haben Sie nie erwähnt. Hi, mein Name ist Henry. Überraschung. Okay, ich gehe mir die Hände waschen. Und dann komm ich wieder. Woo. Ja. Was zur Hölle soll das? Wer sind Sie? Bitte, bitte helfen Sie mir. Ich hab meinem Boss gesagt, dass ich eine Familie habe, damit ich engagierter wirke. Ohne Sie kann ich nicht befördert werden. Bitte, bitte... Wir werden da nicht mitspielen. Okay. Hey, Kleiner, hä. Willst du, dass ich dir das allerköstlichste Dessert von der Karte bestelle? Kommen Sie schon. Ich bin 13. Sie müssen schon etwas mehr bieten. Okay. Wie wär's mit... einem neuen... iPhone? Klingt schon besser. Mom, ich habe dieses alte Teil seit fünf Jahren. Das ist doch ein gutes Geschäft, oder nicht? Das sehe ich auch so. Ein gutes Geschäft. Schlag ein. Gut. Ich bin John. Und Sie? Ich heiße Ben und sie heißt Christine. Christine. Das ist ein schöner Name. Das war der Beginn eines verrückten Abenteuers. Mein Name ist John. Und so begann meine Liebesgeschichte. Warum haben Sie sie vor mir versteckt? Sie haben eine tolle Familie. Ich kann es nicht glauben. Ich war sehr nervös. Die Lüge hätte jeden Moment aufliegen können. Aber der Charme von Christine faszinierte sogar mich. Leider muss ich jetzt schon gehen. Ich sehe Sie morgen auf dem Firmenfest. Sie alle, okay? Oh, danke schön. Vielen Dank. Ich habe zu tranken. Bis dann. Tschüss. Hat mich gefreut. Es war schön, Sie kennenzulernen. Das vergnügen wir meinerseits. Okay, tschüss. Wir sehen uns morgen. Vielen, vielen Dank. Nun, wir müssen jetzt auch gehen. Wartet, wartet. Sie kommen doch zu der Party morgen, nicht wahr? Wir lügen nicht mehr. Der Mantel. Ihr Mantel ist so alt. Soll ich Ihnen einen neuen kaufen? Was? Oh Gott. Du bist so ein Arsch. Fahr zur Hölle. Ich will nichts von dir. Ben, gib ihm das Handy zurück. Komm schon, Mom. Los. Wenn du denkst, du kannst dir eine Familie kaufen, irrst du dich. Ich bin es so gewohnt. Ich bin es gewohnt, alles mit Geld zu bekommen. Tut mir leid. Ich möchte, dass Sie morgen mitkommen, weil ich in der letzten Stunde zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl hatte, nicht mehr einsam zu sein. Eine Party. Eine Party. Und wir müssen üben, eine Familie zu sein. Wer wird uns schon glauben, dass wir zusammen sind, wenn du so still bist wie eine Maus? Ich? Ja. Wenn ich nicht wäre, hätten wir die ganze Zeit nur schweigend da gesessen. Und ja außerdem, Mom braucht echt einen neuen Mantel. Wenn wir uns unsere Liebesgeschichte ausdachten, konnte ich meine Augen nicht von Christine lassen. Sie war so schön. Etwas änderte sich in diesem Moment in mir. Ich wusste nur nicht, wie sehr. Also gut, ich glaube, dass wir jetzt alles geklärt haben. Gut. Ja. Ähm. Und vergiss die Regel nicht. Keine Küsse. Das ist aber schade. Wie bitte? Nichts. Nichts. Bis dann. Tschüss. Bis morgen dann. Ich glaube nicht, dass ich jemals einen so schönen Tag mit der Familie verbracht habe. Nun, ich hatte ja nicht einmal eine Familie. Denn die Arbeit nahm all meine Zeit in Anspruch. 24-7. Also kam es mir nie in den Sinn, eine eigene Familie zu gründen. Bis jetzt. Jetzt. Prost. John, kommt Ihre Familie noch? Ja, ja, natürlich. Christine ist großartig. Und der Junge ist wunderbar. Danke. Ich vermisse Sie auch schon richtig. Sie? Ja. Ich hoffe, Sie noch nie sentimental werden sehen, mein Junge. Ich bin selbst schockiert. Verstehe. Und dann sah ich sie. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich nur daran dachte, Christine wiederzutreffen. Ich musste ständig an ihre schönen Augen denken, ihre süße Stimme und ihr ansteckendes Lachen. Ich konnte es kaum erwarten, sie wiederzusehen. Hey. Okay. Ähm, danke, dass du mir den Pelzmantel geschickt hast. Aber das war nicht nötig. Äh, ich kann meine Augen nicht von dir lassen. Dankeschön. Ich, ich krieg dich einfach nicht aus meinem Kopf. Ich will nicht, dass dies unsere letzte gemeinsame Nacht ist. Christine? Was machst du denn hier? Harry? Ja, so heiße ich. Kennt ihr beide euch? Ja, John, natürlich kennen wir uns. Christine ist meine Frau. Ex-Frau. Oh mein Gott. Der Mistkelder, dich und deinen Sohn im Stich gelassen, ist mein Kollege. Oh, ich verstehe. Jetzt weiß ich, für wen du dich so rausgeputzt hast. Hast du dir einen Sugar Daddy gesucht, den du nach Belieben ausnehmen kannst? Hey Mann. Ja. Er hat uns geholfen, damit wir seine Familie sind. Für einen Abend. Aber er hat mehr getan als du. Ganz ruhig, Kleiner. Ich bin dein Vater. Wirklich? Ja. Sie sind sein Vater? Harry? Ja, so seit 13 Jahren. Oh. John hat sie um den Finger gewickelt. Lassen Sie mich raten. Für eine Beförderung? Junge, wann hast du diesen Mann kennengelernt? Gestern. Aber er ist viel besser als der da. Und wissen Sie, er hat meine Mutter verlassen, als ich geboren wurde. Ich bereue gar nichts. Denn alles, was sie erreichen wollte, war, mich zu hintergehen, nur um an mein Geld zu kommen. Das ist nicht wahr. Doch, ist es. Gehen wir, Ben. Christine, warte. Warte. Hey, suchst du Probleme? Harry? Du kannst sie haben. Mach schon. Schlag mich vor all diesen Leuten. John, wollen Sie mir nicht erklären, was hier vor sich geht? Ja, John, sag es ihm. Es wird gesagt, dass die Wahrheit am Ende immer ans Licht kommt. Ich bin schuld an diesem Schlamassel. Ich hätte fast meinen Job verloren. Aber ich konnte nicht die Liebe meines Lebens verlieren. Christine, warte, warte. Warum folgst du mir? Es tut mir leid, dass wir deinen Plan und deinen Abend ruiniert haben. Jetzt musst du deinem Chef alles erklären, um deine Beförderung nicht zu verlieren. Zum Teufel mit der Arbeit. Es gibt wichtigere Dinge. Dich. Ich war mein ganzes Leben lang auf meine Karriere konzentriert und hab nie die Liebe gefunden. Das Schicksal hat uns zusammengebracht und... Ich möchte dich nicht verlieren. Aber wir haben uns kennengelernt, weil dir deine Arbeit so wichtig ist. Jetzt nicht mehr. Das wird jetzt in den Hintergrund rücken. Naja, also... Wenn ich noch eine Arbeit habe... Weißt du, ich... ... hatte Angst, das zu sagen, aber... Ich will dich auch nicht verlieren. Wo ist Ben? Ich bin hier. Wir sind hier. Es tut mir leid, dass ich gelogen habe. Holen Sie bitte morgen all Ihre Sachen aus Ihrem Büro. Ja. Ja, natürlich. Denn Sie werden ein Größeres bekommen. Ich gebe Ihnen noch eine Chance. Danke. Ich danke Ihnen. Wir sehen uns morgen. Ja. Jetzt, küsst euch doch endlich. Und was ist jetzt mit der Nicht-Küssen-Regel? Mein ganzes Leben lang stand meine Karriere immer an erster Stelle. Bis zu dem Tag, als ich endlich die wahre Liebe erlebte. Bis zu dem Tag, als ich endlich die wahre Liebe erlebte.